So, jetzt aber offizielles Go. Hallo, kannst du auch mit dem Herd zu laufen? So, das ist so awesome. Okay, Flo. Lass uns die aufspüren. Nein, war das abgespielt? Oh, das ist die Flo. Flo! Yes, Alter. Nein! Hast du eine Rache gekriegt? Stört, Mann. Yes. Ah, klar, Frodo, Alter. Wie ein dreckiger Ninja-User ist, wie ein dreckiger Lacker, Alter, ey. Ohne Scheiß. Ich mach zwei Leute klar und du schießt mir in den Hinterkopf. Wie bist denn du drauf? Ja, Entschuldigung, wenn ich deinen Vorderkopf nicht sehe. Ach, geht schon wieder weiter. Ach ja, ist ja Punkte. Wer rasiert wen? Rasiert ihr euren Achsel? Wie kann ich im Reload sein? Im Sommer ist das ja der Vier-Eck. Also, ja. Wir sind sogar zu viel. Wir sind alle verrückt. Wir sind verrückt. Hälööö. Wie verkehrt sich aus? Nate Spam. Oh shit, nein. Nate Spam im engen Raum. Nein, 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 nein. Ich hätte ja echt gelassen. Ich hab ja auch 20. Zwei Tage am Stück zocken. Wundern sie sich nicht, wenn ihr Teenager am Tag danach alle abschlechen will. Das sind YouTuber, der steht. Unter anderem eine gewisse Mitarbeiter und Kipp. Oh Gott, Mitarbeiter ist hier? Nein! Oh Gott, Alter. Ich hab gehört, Mitarbeiter gibt den Bitches, was sie verdienen. Mindestlohn! Ich hab gedacht, ich mach voll den Teil in den Stroke damit. Aber es hat nur eine einzige Person gemerkt, dass es Tatsachen der Kollegen allein ist. Echt? Die Bitches, was die Bitches verdienen, ist nur allein von Kollegen. Ach so, ja, das ist klar, aber das war den Mindestlohn. Jetzt war ich gar verwirrt. Das ist irgendwie ducken oder so? Alter, meinst du, ich find irgendjemanden? Nee, mit Kreis. Meine ich doch. Oder du erzählst schon wieder scheiße. Stirb! Unbekannter Dritter. Hör auf, Granat nach mir zu werfen. Bist du oder was? Oh, scheiße, ah! Schießt du auch gerade einfach blind durch die Hände? Scheiße! Ich hab gerade gehofft. Wie, gibt's eigentlich Nahkampf? Gibt's Nahkampf? Ja, gibt's. Rechts den Stick reindrücken. Ah, okay. Gut zu wissen. Die Frage ist, was bringt die Pistole mit dem Silencer? Dass man da nicht angezeigt wird auf der Karte? Aber du siehst doch, von wo dich einer anschießt, oder? Nee, das sieht man zum Beispiel nicht. Oh, großartig. Ich hab auch nicht gesehen, von wo Jules mich zum Beispiel abgeschüttet hat, bitte. Das korrekte Wort ist zerwichst. Oh, dann ein. Hinter mir? Nein, ich war nicht unter dir. Die Definition bei Urban Dictionary. Übel, ey. Jetzt bin ich auch zerfetzt worden. Ja, von meiner Granate nehmen wir. Bist du in Nahkampf oder sowas? Ja, rechters Dick reindrücken. Rechters Dick reindrücken. Ihr habt euch gerade gegenseitig geholt, aber ich glaube, ich habe einen von euch beiden in der Blindnis geholt, weil ich hatte dich nämlich auf... Oh, fuck it, fuck. Oh, fuck it, fuck, fuck. Oh, und er steht wieder vor mir. Nahkampf, Alter, nahkampf. Leck mich am Arsch. 10 Stunden RTL oder 3 Stunden Meet & Greet mit dem Schweiger? 10 Stunden RTL gucken oder 3 Stunden Meet & Greet mit dem Schweiger? 3 Stunden Meet & Greet mit dem Schweiger? Ich kippere den Waterboy. Oh, fuck. Was war das denn? Wie heißt denn das? Was war das für mich? Das war nicht besser, aber... Schlägen. Schlägen. Geschlägt. Was noch fehlt, wäre so ein Instant-Umdreh-Button, ne? Ja. Oh. Goldenes Auge. Was macht jeder grad? Aber das macht Spaß. Shooter. Machen Spaß. Aber da oben. Wow. Wow, no. Ich war gerade noch in einem Fight mit dem Team. Oh, fuck. Guck immer dich an, weil immer du es bist. Ne, ne, ich war es, aber ich habe auch nicht gesehen, dass du mit dem Fight bist, weil du ja für mich... Ich dachte, du bist doch der einzige, der anderen Skinner hat. Oh, shit, shit, shit. So, was die von mir schon abspielt, starten sie egal, wo auch du. Oh, fuck, Alter. Warum wurdest du nicht geblendet gerade? Ja, weil ich bin noch... Achso. Ach, ne, du hast mich geblendet. Ne, ne, ich habe nämlich hier gerade ein Fight mit Jules am Start gehabt. Nein. Alter, ich bin noch erwischt, oder? Ja, ja. So gibt es eigentlich einen Grundform der... Double Kill. Moment mal, hier ist doch noch einer. Nein! Wieso kann man dich denn nicht? Yes! Weil wir den Ton nicht zu laut haben wollen, weil wir nicht jedes Mal einstellen wollen, wie laut die Dinger sind. Lassen wir den Ton einfach... Ne, man hört den Ton nur über den Fernseher. Deswegen beschweren sich einige Leute, dass der Ton halt deswegen verzögert ist. Achso, ja. Es gibt halt eine Zeitverzögerung zwischen dem, was am Bildschirm passiert. Dann machen wir ihn halt wieder etwas leiser. Komm her. Oder wir machen einfach Geräusche dazu. Das stimmt, denke ich auch wieder. Ja, das kann man, das läuft in einiger Zeit. Wir müssen heute Nacht uns mal darum kümmern, dass irgendwie, dass der Stream nicht mehr ganz so versetzt ist. Ja, weil ihr seht eventuell auch, dass Bild und Bild nicht gleich schnell sind. Ja, klar, also alles, was ihr an Content nehmt und irgendwie neu hochladen, ja... Ja, wenn ihr nicht zielt, dann braucht ihr euch nicht wundern, dass ihr kennt, dass ihr kennt, NateBan, Motherfucker... Sie wurden von Steven aus geschaltet. Man, renn doch nicht weg, Alter, bleib stehen! Nein! Emma Outt macht euch in Trouble, denn ihr seid doof. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, ich schau, ich schau dir mein... Okay, egal. Mann, nimm es eben mal. Nimm nicht mit, ich nimm nicht mit. Oh nein, fuck in die fuck! Yes, nein! Verdammt. Welcher von der Spaß ist, hat er gerade noch eine Granate gedroppt, kurz rum tot. Wollte ich mich mitreißen? Mich? Wieso, ich stand hinter euch. Ich hab bald auch nicht geschossen. Wollte ich sie mitreißen mit einer... Oh, verzeiht. Oh nein. Nein, du hast mich trotzdem geholt. Das ist unglaublich. Es kann doch nicht wahr sein. Ich probiere jetzt mal irgendwie Leute mit der... Wollen wir mal Pistol Round spielen? Was? Stürzt die ganze Zeit? Ey, Leute, wollen wir... Wollen wir mal eine Pistol Round machen? Ja, das meine ich machen. Ich hab's verloren. Bäää, maler! Ich weiß ja, wer gewonnen hat. Mir! Du? Boah, Alter, ey. 6 zu 8. Das ist ja gar nicht so eine gute KD. Das ist ja negativ. 10 zu 6. Wir können ja mal dieses Golden Ark Old-Geduld spielen. Keine Ahnung, wie das genau geht. Der ist einfach nur ein Schuss und die Tüte teilt sich vor. Aber wer den Schuss daneben semmelt? Wer daneben semmelt? Hast du ein Problem, bist du tot. Der hat ein Problem. Echt? Ja. Kann ich noch im Nahkampf? Ja, im Nahkampf geht. Aber ich glaub, du musst auf Beenden drücken, oder? Nee, mach mal... Kannst du nicht abzeichnen, ist... Drück mal einer X, bitte. Ich hab X schon gedacht. Ja, wer ist Spiel der Zeit? Ach, schon gut, schon wieder, ey. Sorry, mit dem Handy. Wie ist denn... 25 Euro von Dingledang. Ist übrigens auch eines meiner allererstesten Spiele, was ich jemals getätigt habe. Ach, allererstes Spende. Oh, sorry. Geilo. Na dann, wir haben jemanden Spendentjumpfad. Spielmodus. Spendfad. Und da drunter auch, Goldener Colt. Karte. Nächste Karte, Docks. Spiel starten. Achso, warte mal kurz. Charakter... Der nimmt mal wieder den normalen, ne? Welcher ist das denn? Ich möchte auch immer aufspielen. Wer geht das denn? Achso, stimmt. Geh mal auf Ausrüstung oder sowas. Nein, wir haben doch jetzt eh Goldener Colt. Also sind wir jetzt alle einfach James. Okay. Aber Daniel Craig ist schon so ein bisschen... Was machst du denn? Ich hab geguckt... Ne, wir sind auch... Wir sind alle James. Also ich war auch automatisch James. Spiel starten. Spiel starten. Gut. Daniel Craig war doch gar nicht im GoldenEye. Ne, aber das ist ja GoldenEye Remake. Ah, aber ich kann noch irgendwie nicht abgeben. Es ist nicht mehr Lieblingsposten. Daniel Craig. Ne, ne, Pierce Brosnan war der beste. Muss ich auch sagen. Schucki-Bossnan war mir nämlich zu sauber. Echt? Ich mag Daniel Craig als Brosnan. Ich mag ihn auch, aber ich bin halt mit Pierce Brosnan gewusst geworden. Ich auch, aber er ist mir im Nachhinein heute, sag ich, ich fand ihn früher saucool. Aber er war mir früher zu sauber. Was ist denn jetzt Goldener... Ach, alle können zu dem Goldenen Colt rennen. Was? Hör, was? Und dann hat man automatisch... Was? Der wird da angezeigt. Da hat man gewollt oder was? Ne, dann hast du die... Dann hat man so eine Awesome-Knarre, so eine One-Hit-Killer oder was? Ja, genau. Aber die, wenn du daneben schießt, dann hast du das Problem. Okay. Die wären? Kennst du nicht den Goldenen Colt? Ich muss mal sagen. Nö? Boah, wie sieht denn der aus? Das ist ja ein Viereck. Ich komme gar nicht zu dem Colt hin. Weil ich ihn schon habe. Ich habe mich nicht getraut abzudrücken. Das Problem ist, ich sehe dich ja mit dem Goldenen Colt, aber ich komme hier aus dem Raum nicht raus, in dem ich drin bin. Das ist ein bisschen dämlich. Das ging mir eben auch noch so. Kommt mir bloß nicht zu nahe, Leute. Genau. Keine Ahnung. Lass ihn uns mit Granaten zum Spam. Ich sehe, ach so, doch, er wird mir auf der Karte angezeigt. Irgendwo in der Mitte. Nice off. Oh, schön, jetzt wird er mir auch wieder auf der Karte angezeigt. Na, die jetzt? Wohlo? Ne, ne, ich habe ihn nicht. Er wurde mir noch angezeigt. Ich habe ihn. So, jetzt weiß ich, was das Problem mit dem Ding ist. Er muss nach jedem Schuss nachladen. Oh, wow. Wir streamen erst seit drei Stunden. Oh, da hinten steht da wer. Warum hat er den nicht aufgetötet? Ah, Gott. Nein. Ganz ehrlich. Er den goldenen Colter hat ein richtiges Problem. Was machen wir so besonders? Bei 10.000? Äh, da wir darüber noch kommen. Bei 10.000, äh, keine Ahnung, machen wir irgendwie. Nein, falsch, ah, scheiße. Wir gucken mal auf diese Knopse, wie sie sind. So, was kann ich. Wo stehen wir denn gerade finanziell? Bei 6.000? 6.667, ja. Wow. Bei 10.000, ja, wir müssen uns heute mal was einfallen lassen. Ich habe nicht gedacht, dass wir so viel kriegen. Ja, das war auch meine. Mein Problem, wir wissen nicht ganz genau, wie es sich entwickelt hat. So, wer hat denn hier den goldenen Colt? So, Nummer 1. Boah. Ein Schuss, Alter. Nicht schlecht. Krasser Sheet. Und nicht irgendwelche Sachen. Scheiße, ich bin da beworben. Ich bin da nicht der jetzt schon. Grünart. Ihr hängt fest, ihr hängt fest, ihr weiß nicht, wo ihr bin. Wo hängst du fest? Na, in der Ecke. Dass man halt nicht über Zäune oder so klettern kann, ist halt echt krass dämlich. Deine Hausaufgaben kannst du gefälligst alleine machen. So, kommt her, ihr Säcke. Ich weiß nicht, wo du bist. Irgendwo ganz weit weg von mir, leiderweise. Im Osterkton hängt dein Bild. Was? Euren Bild. Hä? Ich hatte dich doch aber genau drin. Man, ich seh euch nicht. Die Golden Gun killt halt echt so mit einem Schuss. Golden Gun. Ne, ne, ne. Hast du die letzte Neo-Magazin gesehen? Welche? Die AfD-Fahrstamm? Kauf noch ins Gold. Ja, ja, ja. Was? Haben sie doch den Soundcheck zum Gold? Ja, Gold-Lucke. Gold-Lucke. Ja. Gold-Lucke? Alter, ich bin irgendwo am Ass. Boah, nice. Krass, Alter. Ist er gewonnen? Der gewonnen ist? Wie schlecht, Junge, ey. Es geht nicht ab, ey. Ach, bitte, ich hätte Warte jetzt. Ich habe gewonnen. Kannst du nochmal den Stream aktualisieren und mal gucken, wie viele Leute gucken? Ja. Was sieht man da aber nicht? Und dann wieder die Video-Anschau, wie der, wenn sie denn vorgezeigt wird. Ach, wenn wir wahrscheinlich gar nicht zu viel mitgehen. Wir werden erst viel mitkriegen, wenn wir Fenster ausmachen müssen. Ja, das wird dann helfen, weil... Warum sieht man nicht, wie viele... Robin, kannst du mal gucken, wie viele Leute da gucken bei uns? Sei das gefolgt? Ja. Hier steht nur offline. Ja. Das hätte ich eigentlich gerade... Sorry, wenn wir so hochheißen. Hey, what the fuck? Da müssen wir das noch nicht mehr hinbringen. 6.31. Läuft? Oh, weia. Hashtag läuft. Und das sind die Rutsche. Weil wir beide gucken gerade... Ich schaffe das. 1.550. So, dann drück doch mal alle X hier. Hier sind eine tolle Zuschauerschaft. Das müssen wir doch einfach mal sagen. Ja, ich weiß. Ich hab schon tausendmal X gedrückt. Ich weiß ja noch, wie... Ja, du fehlst schon wieder, Jules. Jules, ey. Jules. Pass auf, Jules. Wenn das Spiel vorbei ist, drückst du einfach X. Julio. Nächster Spielmodus. Man lebt nur zweimal. Eine Konfigur-Variante. Die Spieler haben eine bestimmte Anzahl Leben, die sie verlieren können, bevor sie ausscheiden. Ach so. Der letzte Überlebende gewinnt. Wow. Ah, das ist nice. Love, Steve. Also Last Man Standing. Viele... Steve, ich möchte kurz anmerken, dass das Spiel gut aussieht. Das ist mein Cool. Weiß ich nicht. Immer wenn ich zu Steve gucke, bringt er gerade irgendwelche Zivilisten rum. Wir spielen jetzt Facility. 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 Verkassungs. Wer hat denn jetzt startet jemand? Ich nicht. How did you fight me? Äh. 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 Ah, kommt schon. Die drehen schon wieder Videos da an den Gang. Ja, Martin, die kann wieder sein. Ach, das ist Martin. Ja, Martin, ich mag ja 2010 den Secret Talent Award gewinnen. Aber ich hab nicht gewusst, wer da gerade redet. Na, der, der 2010 den Secret Talent Award gewonnen hat. Wir starten bei der Facility gar nicht im Klo. Das kann schon mal, ist schon mal scheiße. Ja, absolut. Wissen Sie noch? Absolut, ich weiß es noch. Ich seh halt jemanden. Ey, haben wir Timespeed das da eigentlich? Ne, leider nicht. Oh, schade. Das hab ich auch echt nicht mehr ranbekommen. Die Frage ist, wie viel Leben hat denn jeder? Meine Ahnung. Ich denke, weil man lebt nur zweimal, hat man eventuell zwei. Aber es hieß bedingte Anzahl an Leben. Warum ist denn das hier so dunkel? Das ist ja unglaublich. Oh, Timespeed, das ist echt so... Hä? Ich konnte nicht schießen. Nein, der ist an, aber ich koch. Die müssen doch noch zu viel durchspielen. Das war eigentlich hier, weil... Duke Nukem? Ja. Ja, die haben zu viel durchspielen sollen. Das sah richtig crappy aus. Hab ich dich jetzt schon zweimal geholt eigentlich? Nee, ich wollte das halt. Nee, 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 nee. Ach so, man hat nur zwei nebenan. Ja. Ey Jungs, dann seid ihr. Und ich... Ich bin raus. Ihr könnt ja mal eine Pistol-Round machen, dann. Ich find euch... Ah. Oh nein, ich laufe in die Winden auch. Uäh. Scheiße, ich lade nach, ist klar. Fuck. Hab ich wenigstens noch einen mit meiner Granate geholt? Nicht mal mit meiner Granate. Ich könnte ja... Und raus ist der Flo. Ich könnte ja im Strahl speien. Warum bin ich immer noch nicht an Mühe? Boah, fuck. Fällt mir wieder Speyer ein. Du kannst auch nur noch ein Leben, oder? Diese Sau in Dorian Hunter. Einer meiner Lieblings-Würfel-Serie. Das Ding ist, dass ich schon vier mehr Punkte als du habe, Schülsübüro-Serie. GoldenEye in den Kopf. Everything is a- Oh!